Hallo, herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein paar neue Leute dabei. Mal aber nicht dabei ist und ich würde sagen, es geht los. Na, wenn Jungs. Hallo. Und Mädels natürlich. Und Mädels natürlich. Achso, ihr heißen übernimmt. Jana, Jakob und Maxi und alles klar. Gut, Jungs, gut. So muss das anfangen. Das ist stark. Das ist ganz stark. Ach, kein Kopf, das machen wir immer so. Ey, aber die spielen auch in einer Gruppe. Ja, egal wie auch. Gez-Mann jetzt was. Attacke. Das ist nicht immer so in jeder Gruppe. Das ist nicht immer so in jeder Gruppe. Das ist nicht immer so in jeder Gruppe. Sie gehen auch in der Gruppe sind. Nee, nee. Man spielt auch manchmal gegen Randoms, die sich nicht kennen. Natürlich. Dachte, das würde so sein. Und dann noch mal gegen Mates spielt. Ja, und schon läuft das. Ja, und schon läuft das. Ja, das ist ja sehr gut. Die müssen auch die Vorlage achten. Ja, das war zwar von dem, aber... Hey, ich hab 50 Punkte bekommen, du. Das ist doch gut. Nee, das ist auch schlecht, Maxi. Ja, das ist grauenvoll. Ja, Mensch. Ja, das ihr alle nach vorne fahren tut. Ich bin nur im Tor. 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 Ja, da wollen wir mal sehen. Ja, dann kommt der Halt, was du noch mal. Ja, dann kommt der Halt, was du noch mal. Guck jetzt haben können wir, Arne. Ja. Gut, dass wir wieder zu siebt auf den Ball gehen. Ja, gut, dass wir den jetzt mal hinten hauen. Ne. Ja. Versuche, in der Mitte zu spielen. Ah, scheiße. Ich bin auch im Torwart. Geht auch einer hin zum Ball. Ja, haben wir. Haben die auch im Torwart? Ja, die spielen auch im Torwart. Ja, die sind das eigentlich die Profis, so wie wir. Kai, das wird so eine Erzählstunde. Hm. Tor, Jungs. Das sieht gut aus. Ja. Da steht jetzt halt... Oh, nein. So eine Vorlage. Gut. Und... Ah, nee. Klingt halt nie. Weil wir nach vorne spielen. Ja, der kommt nach vorne. Okay. Das ist gut. Oh, Jungs. Mann, was soll das denn? Ich war ganz klar. Da ist er. Ja. Kommt. Kommt. Ja. Kommt. Der ist drin. Ja, nee. Nein. Da war noch einer. Nicht gar nicht gesehen. Schön, schön. Gut so. Ja, der Torwart ist raus. Der ist wieder da. Ich glaube, die machen den letzter Mann. Ja, der Torwart ist raus. Der Torwart ist raus. Der Torwart ist raus. Können sich halt auch... Absprechen. Es ging gerade nicht anders, der Typ. Aber... Nee, ist nicht. Das sind echt hart essen. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, der kommt. Ah, fuck! Verdammt. Der war schwer. Der hat den da noch so geholt, der Typ. Ja, klasse. Kaputt. Ja. Ist der hinten? Ja. Gut. Schön. Klasse. Alter, was ist denn los? Oh, oh. Nein! Alles gut, alles gut. Wie knapp das war. Das ist einfach meine Schuld. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Doch, ich hab mich auf die Welle. Oh, sorry. Aber ich dachte echt, das war jetzt minder... Ja! Ah. Du musst das in diesen richtig schwierig, Alter. Ja, egal. Mach doch Bock. Oh, oh. Haben wir ein Tor? Ja, schön gerne. Ja, der ist drin, oder? Ja, ja! Oh nein! Junge, das war knapp. Ja. Schade, wer war das denn geschossen? Radel, wer war das denn geschossen? Ja, eine gute Aktion. Ja, die подумert. Bauer? Nein, das ist... Ah, jetzt. Schön. Oh, hm. Ich bin zu früh. ich hab das ja schade und wir kommen macht die macht die macht die weg nach also blatte als ob wie knapp erst mal sprachjet aktivieren vorlaut Ungläubigkeit vorlaut Ungläubigkeit sprachjet aktivieren er konnte er auch er hat er und er hat er ein neuerer Kettro wir sind richtig gut was es wird halt richtig spannend jetzt hier der Rund man kann es nicht ist kommt von Koppel macht er kommt weg er ist eine nicht nicht aber die Autos von nahe es ist auch die Kürze von den Kommen egal er geht noch was so er auch auf dem Ball alle Räume dann ein das gleiche ich glaube ich so schlagen wir noch ein Tor machen die Scheiße was für unmöglich das geht noch nein daran zu kommen sind komm jetzt den Jakob Macher das war die Schmerz der Mieter verloren ist klar er hat geht als er wieder nie wieder die vorlage ich sag scheiße ja vor Ort wäre noch am Ball dran und der gut das war eine schöne Runde würde ich sagen aber die nehme ich die haben wir verloren ach so Jungs das war's bis zum nächsten Mal tschüss ja